Was ist die Stadtradeln? Wir werden dieses Jahr zum zweiten Mal am Stadtradeln teilnehmen. Letztes Jahr haben wir es zum ersten Mal versucht und haben eine, ich denke auch für den ersten Versuch, gute Resonanz vorgefunden. Wir wollen das natürlich dieses Jahr toppen. Letztes Jahr sind wir fast 60.000 Kilometer geradelt hier, die Radfahrerinnen und Radfahrer im Landkreis. Das gilt es zu toppen und deshalb wollen wir natürlich alle aufrufen, sich zu beteiligen, die gerne auf dem Rad fahren. Aber es richtet sich natürlich auch an diejenigen, die nicht so häufig Rad fahren. Ehrlicherweise, da gehöre ich auch dazu. Aber es ist ein guter Anlass, um vielleicht statt mit dem Auto mal mit dem Fahrrad zum Brötchen holen zu fahren. Das Stadtradeln findet im Landkreis Gotha in der Zeit vom 1. Juni bis zum 21. Juni statt. Man kann sich auf stadtradeln.de slash landkreis-gotha anmelden. Stadtradeln ist ja auch ein Teamwettbewerb. Das bedeutet also, man kann sich nicht als Einzelperson anmelden, sondern man kann ein Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Wenn man kein Team findet, dem man beitreten möchte, könnte man sich einfach dem offenen Team Landkreis Gotha anschließen. Das heißt, entweder können sich Vereine oder irgendwelche anderen Menschengruppen, Familien, Freundeskreise finden, um zu sagen, wir machen das zusammen. Oder man kommt einfach in das offene Team des Landkreises. Und dann ist es quasi auch für Einzelpersonen möglich, unter den Rock des Landkreises zu schlüpfen, sozusagen. Und dann ist es auch für ein Teamwettbewerb.